Ich bin nämlich mit Edeka gemacht, mit Edeka gemacht, mit Edeka gemacht. Ich bin nämlich mit Edeka gemacht, mit Edeka gemacht, mit Edeka gemacht. Ein Phänomen. Was? Mit Edeka gemacht, mit Edeka gemacht. Ein sprechender Eierkuchen? Toll, verstehst du, was ich sage? Mit Edeka gemacht, mit Edeka gemacht, mit Edeka gemacht. Mit Edeka-Margarine, dem Fundament der Küche.